Die Übermittlung hat geklappt, super! Es geht weiter mit den Kurztipps zum Thema Social Media. Hier sind fünf Erfolgsfaktoren. Erstens, lernen Sie Ihre Zielgruppe kennen. Versuchen Sie herauszufinden, wie Ihre Zielgruppe funktioniert. Zweitens, bieten Sie Ihren Lesern mit Ihren Beiträgen einen wirklichen Mehrwert an. Drittens, bringen Sie Zeit mit und räumen Sie diese Zeit auch Ihren Mitarbeitern ein. Viertens, bleiben Sie locker in der Kommunikation mit Ihrer Zielgruppe. Fünftens, arbeiten Sie an Ihrer Disziplin, um die gestärkten Ziele in den Social Medias zu erreichen.